Hallo Leute, ja, es geht weiter. Hm, ja, ich geh mal in mein Haus rein und... Ähm... Ausruhen. Okay, okay, wo ist jetzt... Okay, ist jetzt Rex irgendwie weg, oder... Oder hab ich irgendwas verpasst? Warte, wo zum Tafel soll ich jetzt hin? Okay, der Maka ist weg. Wieso ist er jetzt weg? Ah, der wohl zum Tafel soll ich jetzt hin? Brauchst du etwas reden? Okay, aber... Okay, das ist ein Fehler, glaub ich, aber... Hm... Ich roh an Stadtmitte, alles ist stört, ja, ich bin böse. Kann ich in irgendein Haus rein? Okay. Riesen-Tornado. Aber wo zum Tafel soll ich jetzt hin? Wo zum Tafel soll ich denn hin, Leute? Ich weiß es nicht. Was steht auf dem Schild? Äh, zu den Feldern, okay. Ich geh mal so weit, wie es festdunk. Oder ich weiß, natt. Warte, da stand irgendwas mit großem Sperr da. Okay, wie soll ich da hinkommen? Warte, ich glaube... Warte, wenn ich da hingehe... Muss ich irgendwie nach oben und danach nach links. Oder? Warte, gucken wir mal. Ich muss irgendwie einen Weg da unten finden. Ach, falsch. Ganz falsche Richtung. Ganz falsche Richtung. Okay, jetzt nach oben. Jetzt nach oben. Ach, du bist sowieso ein Fett, sagt. Ich brauche keiner. Und jetzt da hoch. Ähm, okay. Hä, wie zum Tafel soll ich da hingehen? Ach, ich will jetzt nicht die Zeit verschwenden hier. Mann, ich will jetzt nicht keine kostbare Zeit verschwenden. Okay, ich geh einfach mal nach oben. Geh gerade an der Ebene, Wald. Aber wo zum Teufel soll ich hin? Ich glaube, hier muss ich gar nicht hin. Das weiß ich. Es hat auch keinen Sinn, hierher zu gehen, weil ich muss jetzt von diesem großen Turm da. Aber wie soll ich zum großen Turm? Das ist die bessere Frage. Ah, wir treffen uns gleich in Ruhr wieder. Okay, wir sind in der Stadt. Okay. Ihr habt eine Idee, kann ich jetzt ihr den wilden Keks geben? Das will ich mal wissen. Okay, ich kann. Also ich mache jetzt mal kurz den wilden Keks und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich habe den wilden Keks. Jetzt zeige ich hier mal diesen verdammten Kekse, den ich unbedingt gerne sehen wollte. Objekt, Kekse, wilder Keks hier. Wow, du hast sie wirklich gekauft. Das ist das erste Mal, dass ich einen echten wilden Keks sehe. Sie riechen irgendwie eklig. Aber was soll's? Ein bisschen und? Ich werde so schön und geschmeidig wie eine Katze. Hihi. Probier doch auch mal. Miau. Bäh, was zum Teufel ist das? Er schmeckt genauso wie ein Steak. Der Geschmack ist viel zu stark. Echt, echt. Ich fühle mich etwas durcheinander. Trotzdem möchte ich mich bedanken. Das war eine interessante Erfahrung. Reden? Vielleicht für mich? Nee. Kaufen? Okay, du hast immer noch das... Fägt dich ins Knie, du... Steuereintritt. Was passiert jetzt? Warnsett, bist du gekommen, um zu helfen? Du bist die Rettung. Wir können hier noch Hilfe gebrauchen. Wir brauchen Geld für den Neuaufbau des Hauses. Ich kenne einen Käufer, der für mystische Willen einen hohen Preis zahlt. Ich dachte, sie könnte etwas Geld verdienen. Ich möchte, dass du die mystische Willen für mich abholst. Ich weiß, 100 müsste reichen. Viel Glück dabei. Äh, Reden? Ich hab die 100. Du kommst gerade richtig, Roxa. Ich war gerade auf einem Weg nach draußen. Tausend Dank. Jetzt können wir über die Runden kommen. Hier ist ein kleines Dankeschön. Und? Was habe ich bekommen? Nicht jedermann bekommt sie, weißt du. Pass auch gut auf sie auf. Bis später. Du hast... Fick dich ins Knie. Ob ich nichts besseres zu tun hätte. Okay, du. Ich glaube, ich habe dir kein Wort. Okay. Ich habe dir gerade den Kinks gegeben, aber egal. Wartet mal kurz. Okay, es geht weiter. Ich habe kurz noch was gemacht. Nichts Interessantes. Deswegen machen wir einfach mal weiter. Ich möchte nicht reden. Ach, okay. Warte, was macht der? Habe ich eigentlich ihm alles gezeigt? Kekse, Kuchen, Wüstenblume. Ich habe ihm noch schon alles gezeigt, oder? Egal. Ich zeige ihm einfach mal ein paar... Den Kuchen habe ich ihm noch nicht gezeigt, glaube ich. Okay, jetzt. Okay, immer noch nicht. Aber wie zum Teufel soll ich jetzt da hochgehen? Kann einer das mir mal sagen? Ich weiß es jetzt echt nicht. Hier, das ist für dich. Ach, ich schwöre auf alles. Dankeschön. Kleines Bastardmädchen. Und du. Willkommen. Reden. Ich weiß genau, was du dich... Ja, ist schön für dich, dass du mitgefühlt mit mir hast. Aber ich will nach oben. Ich will nach oben, verdammt. Was ist das? Ach so. So, okay. Verdammt. Egal, ich gehe mal hier zu Wanklingsfestung. Vielleicht hilft es ja, vielleicht auch nicht. Aber eigentlich denke ich nicht, dass... Warte, wie soll ich jetzt... Moin, das regt mich jetzt voll auf. Warte mal. Okay, es geht weiter. Okay, es geht weiter. Verdammt. Ich wollte in diesem Video noch weit kommen. Warte. Wo steht das? Ja, da steht großer Speer von... Ja, aber wie soll ich jetzt zu diesem großen Speer kommen, Leute? Ich glaube nicht durch die Ghana-Ebene. Glaube ich irgendwie nicht. Oder soll ich mal nachgucken? Wer hier sich ganz herum gucken würde... Ach, ich gucke mal einfach mal kurz nach. So, Leute. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehen muss. Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe jetzt nur eine Planung, was ich jetzt machen muss oder was ich jetzt eigentlich tun soll. Verdammt. Ich brauche Hilfe. Schreibt bitte zu den Comments, die Leute, die das schon durchgezockt haben, wie ich jetzt weiterkommen soll, weil ich weiß es echt nicht, wie ich jetzt zu diesem großen Speer von so irgendwas kommen soll. Oder ob ich da eigentlich hingehen muss. Ich weiß es nicht. Meine Stimme. Verdammt. Und ich habe den... Wenn ihr euch fragt, der einfach heute seine Farbe geändert hat, der Grund dafür ist. Ich habe jetzt ein Eisenteil, was er im Körper hatte, weggenommen. Habe ich vergessen. Und ja, so ist er jetzt... So sieht er jetzt aus. War Glies Festung. Okay. Muss ich da hin? Das ist die beste Frage. Muss ich eigentlich hier hin? Ja, jetzt kommen die Riesenschildkröte. Oh, du mit deinen Raketen. Du bist so cool. Okay, ich musste nicht hier hin. Unnötige Zeitverschwendung habe ich jetzt gemacht. Okay. Fick dich. Kein Bock auf das hier. Ich will sowieso jetzt gehen, weil ich nicht weiterkomme. Mann. Wie verfickt nochmal soll ich jetzt da hinkommen? Mann. Wartet mal. Okay, es geht weiter. Ich musste mal kurz husten. So, so, so. Mann. Boah, wie soll ich jetzt zu dem verfickten Turm kommen? Das Blut ist sowieso kaputt. Das Blut bringt mir nichts. Mann, fick dich doch ins Knie. Mann. Ihr scheiß Vögel verpisst euch. Ich will euch gar nicht sehen hier. Mann, scheiß Frösche. Fickt euch. Boah, ich bin jetzt so angepisst. Ich will jetzt weiterkommen. Sie sagt einfach zum Turm. Aber wie soll ich einfach zum Turm gehen? Okay. Alle verdächtigen mich. Egal. Egal. Mir ist es jetzt so scheißegal. Ich mache jetzt irgendwas. Reden. Nee, du bist hinterher die Schlampe. Warte, wie soll ich jetzt... Warte mal. Warte mal. Nein, nein, nein. Ist nicht so, okay? Reden. Sind Kräuter. Musst du bei dem verlasten Haus finden können. Ich werde auf dich warten. Du Spasti, wie oft... Den Maka habe ich so seinen Kaut schon gezeigt. Aber was will er nochmal? Warte. Nein, das kann nicht sein, oder? Warte mal. Warte mal. Da gab es doch ein Feliz im Keller des Schlosses. Heißt das jetzt? Ich muss jetzt durch diesen Keller. Heißt das jetzt das? Weiß ich jetzt nicht. Egal. Das probiere ich jetzt aus. Vielleicht gelange ich jetzt damit ja zu diesem scheiß Turm. Egal. Egal. Erst sprechen wir mal die Könige an. Vielleicht hat er irgendwas zu sagen. Vielleicht auch nicht. Mir egal. Ich will noch weiterkommen. Ja, du kannst rollen. Das ist sehr, 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 sehr schön. Reden. Man sagt, dass du an den Vollfall schuld bist. Wenn du willst, dass ich dir glaube, dann setze ich diesen Chaos an Ende. Sagst du noch irgendwas anderes? Ach, du unfähiger König. Du bist sowieso ein... Egal. Egal. Ich sag nichts dazu. Aber was ich ja meinte, man kann hier durchgehen. Jetzt auf einmal. Okay. Warum sieht man jetzt nur die Bulgarsucht-Schlucht irgendwie noch da? Boah, das Buch ist wirklich demoliert worden. Okay. Ich weiß nicht, wo ich hingehen muss. Ich hasse sowas, wenn ich jetzt desorientiert bin und nichts weiß, was ich machen muss. Dann... Boah. So. Muss ich jetzt zum Keller? Oder muss ich diesen alten Knacker ansprechen? Dieser Froh oder wieder. Woher noch hieß. Egal. Wir gehen erstmal Froh ansprechen. Okay. Verlies. Ich gehe jetzt mal Froh ansprechen. Warte. Kann ich jetzt eigentlich durch diese Tür hier? Nein. Okay. Hier. Und so. Und so. Was ist denn los für ein Chaos da oben? Ach, fick dich ins Knie. Boah. Steht gleich aus. Ey, lass mich jetzt da durch. Bitte. Bitte. Das ist die einzige Möglichkeit, euch jetzt durchzukommen. Oh, du kannst mich mal so doll. Du weißt nicht. Ey, wo zum Teufel soll ich jetzt hin? Mann. Warte mal. Ich habe da eine Idee. Kurze Pause. Okay, es geht weiter. Ich habe die Donnerbüchse gemacht. Ganz schnell. Ich habe irgendwie gefunden noch etwas. Okay. Waffen. Geschoss. Nicht das hier. Auch nicht die Armbrust hier. Und das hier. Also das ist die Donnerbüchse. Sie hat all das für dieses Ding getan. Danke, Roxas. Ich werde ein guter Anführer sein. Guter Anführer sein. So altes wird also nie mehr passieren. Auch dir viel Glück. Reden. Nur schnell zum Turm. Der den Himmel durchbohrt. Fick dich doch, du alte Schachtel. Geschosse Haarschmogürtel. Okay. Zeige. Zubehör. Ich zeige ihm mal irgendwelche Sachen. Ich habe sowieso jetzt nichts zu tun. Und jetzt? Was macht ihr noch? Mann. Ach, scheiß drauf. Bitte bis zum nächsten Part. Und bitte. Schreibt bitte zu den Comments. Zum zweiten Mal bitte. Dass ich... Wie ich jetzt zu diesem Turm kommen kann. Bitte. Also. Bis zum nächsten Mal.